Ich habe herausgestellt, der Bart Olding hat noch im Aufzug einen Lachanfall bekommen und hat sich über das so gefreut, dass dann in der Folge der ganzen, also bevor der Talk losgegangen ist mit dem armen Wolf, ein Highlight, eine Sternstudie in meinem Leben, muss man sich vorstellen, da sind also Journalisten und alles möglich gewesen, und prominente Leute, und es wurden also keine Fotos erlaubt. Und dann wurde mit mir und dem Bart Olding ein Foto gemacht, als Einziger. Jetzt haben die Journalisten uns natürlich fotografiert und gesagt, dieser Typ da, dieser komische, der muss ja nicht wieder Außerirdische sein oder was, sodass der Bart Olding sich mit dem auch bilden lässt, das gibt es ja nicht.